Wahrheitswerte-Tabellen aufschreiben, exponentiell. Disjunktive Normalform bilden, um daran die Unerfüllbarkeit zu testen, exponentiell im Worst Case. Konjunktive Normalform bilden, um damit die Allgemeingültigkeit zu testen, auch exponentiell im Worst Case. Konjunktive Normalform durch strukturelle Transformation in prönommierer Zeit bilden und anschließend Resolutionen durchführen, um Unerfüllbarkeit zu testen, auch exponentiell im schlimmsten Fall. Alles, was wir versucht haben bisher, um logisches Schließen der Aussagenlogik effizienter zu gestalten, führt doch in manchen Fällen oder im schlimmsten Fall in allen zu exponentiell langsamen Algorithmen, was ein großes Problem in der Praxis darstellt, weil das einfach nicht praktikabel ist, wenn es denn wirklich uns so hart treffen sollte, dass wir bis zum Ende des Universums daran rechnen müssten. Gibt es denn nichts Besseres? Gibt es denn keine Fälle, in denen die Logik uns doch das Leben ein wenig einfacher macht? Und natürlich gibt es die, und darüber wollen wir heute sprechen, Es geht um effizienteres Schließen mit Hornlogik. Hornlogik. Dazu kommen wir gleich. Was ist das? Und was hat das Ganze mit unserer Aussagenlogik zu tun? Erklären wir gleich. Ist ganz einfach. Willkommen zurück. Mein Name ist Markus Krötzsch. Und wir beschäftigen uns immer noch mit Aussagenlogik in den Informatikgrundlagen hier und werden in Kürze dann auch wieder zurück zu den formalen Sprachen und Automaten kommen. Aber ein bisschen Logik darf ich noch machen. Hornlogik. Wie schon gesagt, bisher war alles, was wir versucht haben, exponentiell. Gibt es denn keine einfacheren Fälle? Und die gibt es tatsächlich, Idee, wir beschränken die Form der Formeln. Wir schauen uns immer noch Aussagenlogik an, aber nicht mehr beliebige Formeln der Aussagenlogik, sondern ganz bestimmte und hoffen, dass das uns das Leben einfacher macht. Das wird so sein, sonst würde ich es hier nicht sagen. Definition. Eine Hornklausel ist eine Klausel, die höchstens ein nicht negiertes Literal enthält. Also die meisten Literale dort sind mit Negationszeichen. Höchstens eins hat keines. Eine Hornformel ist eine Formel in konjunktiver Normalform oder auch Klauselform, welche nur Hornklauseln enthält. Benannt ist das Ganze nach Orphard Horn, ein Mathematiker. Also hat nichts mit Hörnern zu tun, ist einfach ein Name. Hornklauseln. Okay, also das ist eine ganz einfache Sache im Prinzip. Hier sehen Sie mal eine Hornklausel, nicht P, nicht Q oder R. Nur ein nicht negiertes Literal, nämlich das R, kommt hier vor, geht. Q oder P, keine Hornklausel. Hier gibt es zwei nicht negierte Literale. P, Hornklausel, gibt nur ein nicht negiertes Literal, gibt überhaupt nur ein Literal, das ist völlig in Ordnung. Nicht P oder nicht Q ist eine Hornklausel. Hier gibt es überhaupt kein positives Literal. Auch das ist völlig in Ordnung. P oder P ist keine Hornklausel, syntaktisch, aber natürlich äquivalent zu einer. Und sobald wir in Klauselform wechseln und das als Menge aufschreiben, P, P wäre natürlich die Menge P, dann würde das sich entsprechend vereinfachen. Aber das vor allem als Fall hier einbezogen, um nochmal zu betonen, dass Horn eine syntaktische Eigenschaft ist im Wesentlichen. Also wenn wir sagen, etwas in der Logik ist irgendwie Horn, dann meinen wir in der Regel, dass es eine Sache ist, die wir leicht an der Form der Formel ablesen können und nichts, was mit ihrer Bedeutung zu tun hat. Einfacher Grund dafür, jede unerfüllbare Formel kann natürlich auch mit sehr wenigen Klauseln, die allesamt Horn sind, dargestellt werden. Also egal, wie sie vorher aussah, aber um herauszufinden, dass sie unerfüllbar war, müssten sie ja vielleicht schon schwierige Rechenoperationen durchführen. Das heißt also, wir wollen hier nicht wissen, ob etwas semantisch Horn ist, also sich irgendwie indirekt durch Horn Formeln darstellen lässt, sondern wir wollen wirklich nur schauen, hat die Formel schon die entsprechende Form oder eben nicht. Okay. Hornklauseln können wir auch wie Klauseln allgemein wieder als Implikationen auffassen, aber in diesem Fall funktioniert das noch viel schöner und ergibt ansprechendere Implikationen als zuvor. Beispiel, diese Hornklausel nicht P oder nicht Q oder R ist dasselbe wie P und Q impliziert R. P als Fakt ist einfach war impliziert P, so kann man das darstellen, das hatte ich auch schon mal vorher erwähnt. Nicht P oder nicht Q kann man darstellen als P und Q impliziert falsch. Also wenn P und Q gleichzeitig wahr wären, dann würde es einen Widerspruch geben. Okay. Sie sehen also, man kann auch diese Klauseln gut in Implikationen umschreiben. Und das Schöne hier ist, diese Implikationen enthalten also keine Negationen und auch keine Dissumptionen mehr. Sehr einfach in ihrer Struktur. Man kann sie auch noch ein bisschen weiter vereinfachen. Zum Beispiel könnte ich hier die Klammern weglassen. Das ist in der Regel üblich, wenn man solche Implikationen hat, die wirklich nur auf einer Ebene die Implikationen haben und darunter nur die Konjunktionen. Dann spart man sich in der Regel die Klammern, um die Syntax noch ein bisschen zu vereinfachen. Okay. Das, also ist das, was letztlich hinter einer Horn-Klausel steht, ist also so eine einfache Implikation, wo aus einer Konjunktion aus positiven Dingen etwas weiteres folgt. Oder halt ein Widerspruch. Okay. Beispiel. Viele einfache, rekursive Algorithmen können in Horn-Logik, Horn-Aussagen-Logik sollte ich hier sagen, beschrieben werden. Und wir haben selbst schon solche Algorithmen kennengelernt. Zum Beispiel in dieser Vorlesung haben wir einmal für eine kontextfreie Grammatik berechnet, welche der Variablen-Symbole, welche der Nicht-Terminale in dieser kontextfreien Grammatik in das leere Wort umgeschrieben werden können. Ja, das waren also, die haben wir als die Menge V-Epsilon bezeichnet. Variablen, die nach Epsilon umgeschrieben werden können. Können Sie auch nochmal nachlesen, wenn Sie mögen. Videos gibt es auch dazu. Link unten zu den Vorlesungsnummerierungen und den entsprechenden Videos dann. Die beiden Umformungen oder die beiden Regeln, die wir verwendet haben in diesem Algorithmus, waren ziemlich einfach. Falls eine Grammatik, wir haben betrachtet alle die Dinge in dieser Menge, die entweder direkt nach Epsilon umgeschrieben werden konnten oder die in eine Kette von Nicht-Terminalen umgeschrieben werden konnten, die allesamt nach Epsilon weiter umgeschrieben werden können. Und das kann ich beides in Logik gut ausdrücken. Ich kann also mir eine Proposition bauen, die nenne ich PA für eine Variable A und die soll bedeuten, A kommt in dieser Menge V-Epsilon vor. Und dann konstruiere ich mir eine logische Theorie wie folgt. Für jede Grammatikregel, die sagt, dass eine Variable direkt mit Epsilon ersetzt werden kann, füge ich eine Regel hinzu, die sagt, war impliziert PA. Also mit anderen Worten, PA gilt einfach. Und für jede Grammatikregel, die sagt, dass eine Variable B durch die Variablen A1 bis AN ersetzt werden darf, füge ich eine Regel hinzu, die sagt, PA1 bis PA1 impliziert PB. Also mit anderen Worten, wenn PA1 nach Epsilon umgeschrieben werden kann und so weiter und so fort und PAN auch und dann kann auch PB nach Epsilon umgeschrieben werden. Diese beiden Arten von Regeln füge ich hinzu für jede Grammatikregel und dann gilt also, dass eine bestimmte Variable A in V-Epsilon vorkommt, genau dann, wenn P von A aus dieser Menge von Formeln abgeleitet werden kann. Okay. Und das ist also ein relativ einfacher Algorithmus, bei dem wir eigentlich nur etwas propagieren. Manchmal nennt man das Markierungsalgorithmen, aber die Idee ist also wirklich, dass man mit einem Grundfall anfängt und dann diesen Grundfall immer weiter fortschreibt. Das war uns schon vorher aufgefallen, dass es ein einfacher Algorithmus ist, dass es ganz gut geht und jetzt sehen wir, dass es sich schön in Hornlogik darstellen lässt. Das ist kein Einzelfall. Es kommt sehr oft vor, dass wir solche Algorithmen haben, die rekursiv sind oder iterativ sind, in dem Sinne, dass man sie häufig durchführen muss, um alle Ergebnisse zu finden. Zum Beispiel kommt das auch sehr oft vor im Paketmanagement, wenn ich also Versionskonflikte oder Abhängigkeiten auflöse, ja, irgendeine, ein Paket sagt, wenn dieses Paket installiert ist, dann muss auch noch dieses andere Paket installiert sein. Das sind auch oft Regeln dieser einfachen Form. Da gibt es nicht viele Disjunktionen, viele Möglichkeiten zur Auswahl, sondern oft ist das sehr deterministisch, ja. Aus irgendeiner Menge an Vorannahmen folgt etwas weiteres. Und dann kann man auch mit recht einfachen Algorithmen herausfinden, was alles installiert werden müsste, zum Beispiel, um eine bestimmte Software zu installieren. Also ist auch nicht so weit weg. Also Eclipse, die populäre Java-Idee, hat zum Beispiel ein Extension, ein Erweiterungsmanagement, was also Abhängigkeiten mit solchen logischen Ableitungen im Prinzip berechnet. Und das geht in der Regel schnell, weil es eben einfache Fälle sind, einfache Formeln sind, die da vorkommen. Okay, das also Hornlogik. Und das passt ja gut zusammen, dass es einfache Algorithmen sind, denn ich habe ja Hornlogik eingeführt mit der Motivation, dass das auch eine einfache Logik sein wird. Wieso ist das so? Naja, im Prinzip können wir, um zu sehen, dass das einfach wird, einfach ein Verfahren verwenden, das wir schon kennengelernt haben, nämlich die Resolution. Resolution haben wir schon mal motiviert als eine Art von Hintereinanderhängung von Implikationen, also Verkettung von mehreren Implikationen. Und so kann man das auch bei Hornklauseln sehen. Nur, dass die Hornklauseln noch eine einfache Form haben. Hier gibt es keine Disjunktion in unserer Implikation. Das heißt also, wir hätten zum Beispiel eine Regel, die sagt, P1 und Pn impliziert Q und dann haben wir Q und noch andere Dinge implizieren R. Dann kann ich daraus ableiten, dass P1 bis Pn und Q1 bis Qm gemeinsam R implizieren würden. Das ist eine ganz einfache Verkettung. Das wäre die Resolution bei Hornklauseln. Das ist schon mal ganz praktisch, das so zu verstehen, aber noch zu allgemein. Die Resolution würde viele Dinge hier ableiten, auch aus Hornklauseln, die uns eigentlich gar nicht interessieren müssen. Man kann zeigen, dass für diesen besonderen Fall der Hornklauseln das Kalkül auch dann noch vollständig bleibt, also auch dann noch für alle Fälle, in denen Unerfüllbarkeit gilt, die der Klausel produziert, wenn man sich auf Fälle beschränkt, in denen die eine Klausel, nämlich die vordere hier, einelementig ist, also die Form war impliziert P hat. Das heißt, ich brauche nicht P1 bis Pn impliziert Q. Es reicht aus, wenn ich Fälle betrachte, in denen das Q einfach gegeben ist, so wie hier. Also mit anderen Worten, wenn ich weiß, Q gilt, wenn aus wahr Q folgt und wenn Q irgendwo in der Prämisse einer Implikation vorkommt, dann darf ich Q einfach streichen und habe dann eine kürzere Implikation, die das Ganze ableitet. Und im besten Fall habe ich gar keine Q1 bis Qm mehr. M ist 0 sozusagen und ich habe hier nur Q impliziert R und dann wird hier wahr impliziert R erzeugt. Das heißt, ich habe dann R abgeleitet als neuen Fakt. Okay, das kann man so feststellen und das kann man sich schon leicht denken, das macht das Leben viel einfacher, wenn man also für solche Fälle gar nicht versuchen muss, Resolventen zu bilden, sondern überhaupt nur in Fällen, in denen ein einzelner Fakt gegeben ist, nach passenden Klauseln sucht. Man kann das noch mehr vereinfachen, denn wenn man das einmal so eingeschränkt hat, dann kann man leicht sehen, dass es eigentlich gar nicht viel Sinn ergibt, eine solche halb erfüllte Regel abzuleiten. Ja, also nochmal zurück. Hier unten habe ich ja gesagt, Q gilt schon mal und ich hatte hier irgendeine Konklusion, die aus Q und nach anderen Dingen gefolgert werden kann. Und daraus kann ich dann schließen, dass auch ohne Q jetzt R folgen würde, weil von Q weiß ich ja schon, dass es wahr ist. Aber eigentlich interessiert mich das auch nicht. Ich will gar nicht wissen, dass ich aus Q1 bis Qm erfolgen kann. Eigentlich interessieren mich ja nur Dinge, die ich dann wieder weiterverwenden kann. Und um das zu tun, muss ich letztlich ableiten, dass war R impliziert. Und das wird erst gelingen, wenn ich nicht nur Q, sondern auch Q1, Q2 und so weiter und Qm als Fakten abgeleitet habe. Das heißt eigentlich, anstatt diese ganzen Zwischenergebnisse vielleicht zu ermitteln, die es gibt, wenn einige dieser Dinge schon bekannt sind, aber andere noch nicht, könnte ich auch einfach warten, bis ich alle diese Prämissen für R abgeleitet habe und nur dann wende ich einen Resolutionsschritt an. Und dieses einfache Verfahren nennt man Hyperresolution, bei der man einfach eine Resolvente bildet aus einer Regel Q1 bis Qm impliziert R. Und die nur dann verwendet, wenn man schon für alle Q1 bis Qm passende Klauseln hat, die Fakten sind. Also die war impliziert Q1 und so weiter als ihre Form. Also ich könnte das so angeben hier, Hyperresolution als Regel aufgeschrieben. Ich habe eine Implikation mit mehreren Prämissen, Q1 bis Qm und ich habe alle diese Prämissen gegeben, also ich weiß, dass die alle wahr sind. Dann darf ich ableiten, dass die Konklusion auch wahr ist. Ja, also man könnte auch das intuitiv so formulieren, wenn die Regel Q1 bis Qm impliziert R gilt und man weiß Q1 bis Qm gelten, dann gilt auch R. Ja, und mit dieser Vereinfachung, die ich auf der vorigen Folie gemacht habe, kann ich also auch das leicht sehen, dass ich das weiter so vereinfachen kann. Und der Vorteil, wenn man solche Sachen einschränkt, also wenn man sich auf solche besonderen Fälle der Resolution beschränkt, ist, dass man noch weniger Dinge berechnen kann. Ja, es gibt ja hier relativ wenig, was überhaupt entstehen kann. Also welche Klauseln kann man hier überhaupt bilden? Nur solche. Und man wird sie auch nur dann bilden, wenn man schon alle Vorbedingungen erfüllt hat, die dazu nötig sind. Das heißt also, diese Einschränkungen sind jeweils dazu dienlich, die Schritte, die der Resolutionsalgorithmus ausführen kann, zu beschränken und in ihrer Zahl zu verringern. In der Hoffnung, dass es dann nicht mehr exponentiell viele sind. Ja, und das können wir jetzt schon mit diesen Vereinfachungen relativ gut sehen. Jedes, jede neue Resolvente hat ja die Form war impliziert p. Und von diesen speziellen Klauseln, von diesen Resolventen, diesen einelementigen Klauseln, gibt es nur linear viele. Ja, also es könnte sein, jedes Atom wird impliziert, jedes p wird letztlich war. Kann passieren, aber selbst das sind noch eine sehr geringe Anzahl. Weil ich kann nicht diese exponentiell vielen verschiedenen Klauseln konstruieren, wie ich das machen konnte, als ich in der allgemeinen Resolution Klauseln mit vielen Literalen erschaffen habe. Okay, das heißt, diese Art von Resolution muss nach linear vielen Schritten terminieren. Heißt es also, logisches Schließen in Hornlogik ist linear. Nicht mit unserem Algorithmus, ja, denn Sie müssen ja noch überlegen, nicht nur wie viele Schritte brauchen Sie, sondern auch wie viel Aufwand macht es, einen Schritt abzuarbeiten. Ja, und so wie ich das geschrieben habe, mit Hyperresolution, müssten Sie in jedem Schritt durch alle Regeln gehen, um zu schauen, ob alle Prämissen vorliegen und dass dann könnten Sie etwas tun. Und wenn Sie in jedem Schritt durch alle gehen, dann ist es eher quadratisch als linear, was Sie in Zeit brauchen. Es stellt aber sich zumindest mal heraus, dass es ein polynomieller Algorithmus ist. Das ist schon mal nicht schlecht. Und es wurde auch gezeigt, dazu werde ich nichts Näheres sagen, Dowling und Gaillet, klassisches Ergebnis, man kann es mit einem linearen Algorithmus schaffen. Da muss man aber schon ein bisschen mehr ins Detail gehen und sich ganz bestimmte Abarbeitungswege überlegen, damit man wirklich bloß linear viele Operationen durchführen muss, bis man das Endergebnis hat. Okay, also Hornlogik ist einfach. Man kann dort selbst mit dem einfachen Resolutionsverfahren, was wir kennengelernt haben, einen polynomiellen Algorithmus fürs logische Fließen finden. Und dieser Algorithmus ist nicht nur polynomiell, sondern auch sehr intuitiv. Also wir wenden einfach nur Regeln an auf die Dinge, die schon gelten und leiten damit vielleicht neue Sachen ab, so lange, bis wir irgendwann nichts mehr Neues ableiten. Gut, das soll es gewesen sein, schon über Hornlogik. Was lernen wir daraus? Naja, eine Möglichkeit, wenn man ein schweres Problem lösen möchte, ist es, dass man sich auf bestimmte Sonderfälle beschränkt. Also dass man sagt, ja, vielleicht ist im Allgemeinen das Problem schwer, vielleicht gibt es diesen Worst Case, den man nicht verhindern kann. Aber es gibt vielleicht auch viele weniger schlimme Fälle, die leichter zu behandeln sind. Und man schaut sich dann speziell diese Fälle an und versucht für diese Fälle ein optimierendes, schnelleres Verfahren zu finden. Und bei Hornlogik ist das besonders naheliegend, dass, wie gesagt, in der Praxis eine sehr häufige Situation ist, dass etwas als Horntheorie schon vorliegt. Übrigens auch bei Sudoku, ja. Also viele von den Sudokus, die Sie lösen werden, sind tatsächlich so aufgebaut, dass man, dass nicht das ganze Sudoku in seiner logischen Theorie eine Horntheorie darstellt. Dass es aber tatsächlich so ist, dass es sehr, sehr viele Regelanwendungen gibt, mit denen Sie unmittelbar die Wahrheit eines bestimmten Fakts, einer bestimmten Ziffer, in dem Fall im Gitter, herausfinden können. Und so lösen Sie normalerweise auch Sudokus. Sie schauen erst mal, was man schon wissen kann, an welchen Stellen vielleicht eine Ziffer unbedingt hingehört. Man hat halt keine Wahl. Und das ist im Prinzip genau diese hornartige Resolution, bei der man versucht, in jedem Schritt einen wahren Fakt zu produzieren, anstatt eine logische Schlussfolgerung zu ziehen, die immer noch mehrere Möglichkeiten offen lässt. Was ja eine allgemeine Klausel ja sonst wäre, eine Disjunktion, in der man nicht genau weiß, was ist jetzt. Das kommt auch vor bei Sudokus, bei schwereren, dass man manchmal sagt, ja, an der Stelle müsste eine 3 oder eine 1 stehen und dann könnte hier eine 4 oder eine 5 stehen. Und dann arbeitet man sich so durch, bis man hoffentlich doch zu etwas Konkretem kommt. Aber ja, viele einfache Sudokus sind eben so aufgebaut, dass man eigentlich in jedem Schritt eine ganz sichere Ziffer irgendwo finden kann, wenn man nur aufmerksam genug sucht. Okay, das ist also Hornlogik. Und damit möchte ich im Prinzip das logische Schließen für diesen Einführungskurs abschließen. Es wird noch ein bisschen mehr Logik in anderen Kursen später geben, aber für jetzt soll es uns mal reichen. Ich möchte aber auf jeden Fall nochmal zurückkommen zu dem Thema Sprachen und Automaten, das das Hauptthema gewesen ist für den Kurs. Und wie das mit Logik zusammenhängt und was die Aussagenlogik damit überhaupt zu tun hat, das sehen wir dann ab dem nächsten Video. Und da kommen wir dann auch nochmal zu der Frage zurück, ob man denn im allgemeinen Fall vielleicht doch auch Algorithmen finden könnte, die diesen exponentiellen Aufwand vermeiden können. Oder eher nicht. Mal sehen. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.